Willkommen bei tierisch einfach. Heute habe ich ein bewährtes Hausmittelrezept für dich, wenn dein Hund mit akutem Durchfall zu kämpfen hat. Die Moroche Karottensuppe kann hier sehr gut Linderung verschaffen, indem sie Magen und Darm beruhigt. Wie du die Suppe jetzt ganz einfach selber machen kannst und warum sie überhaupt so gut hilft, erkläre ich dir jetzt. Für die Moroche Karottensuppe brauchst du 500 Gramm Karotten, ein Liter Wasser oder ungewürzte Brühe, ein Teelöffel Salz und einen Pürierstab. Zuerst musst du deine Karotten gründlich abwaschen, das habe ich eben schon fix gemacht und dann schneidest du sie schön klein. Jetzt schneide ich noch die restlichen Karotten klein und dann gieße ich die Karotten mit einem Liter Wasser auf. Dann bringst du das Ganze einmal zum Kochen und dann muss deine Mobosuppe so anderthalb bis zwei Stunden köcheln. Das ist auch ganz wichtig, denn erst durch die lange Kochzeit entstehen bestimmte Zuckermoleküle und die docken sich dann an die Darmbahn deines Hundes an und verhindern, dass sich dort Krankheitserreger anlagern. Zwischendurch musst du immer wieder ein bisschen Wasser nachgießen, damit deine Karotten bedeckt sind und auch nicht anbrennen. Wenn deine Suppe fertig geköchelt hat, musst du sie jetzt ganz fein pürieren. Anschließend füllst du dann wieder mit abgekochtem Wasser auf, sodass die Menge wieder ein Liter ergibt. Am Ende sollte deine Morosuppe dann eine Konsistenz wie so eine dicke Buttermilch haben und zum Schluss gibst du dann noch deinen Teelöffel Salz hinzu. Jetzt ist die Morosuppe auch schon fertig. Jetzt musst du sie natürlich nur noch schön abkühlen lassen, bevor du sie deinem Hund verfütterst. Den Rest kannst du dann ganz wunderbar portionieren und einfrieren und dann hast du auch immer etwas parat, wenn dein Liebling wieder Beschwerden hat. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich wünsche dir jetzt gutes Gelingen beim Nachkochen und natürlich gute Besserung für dein Hund. Schau doch gerne auf unserem Zooplus YouTube-Kanal vorbei. Da findest du weitere Rezeptideen oder Do-It-Yourself-Videos für dein Haustier. Bis zum nächsten Mal.